Ich bin meistens sehr geschockt über das, was sie mir erzählen. Das sind Probleme, die so riesig sind, dass keiner von uns sich das vorstellen könnte. Viele kleine Kleinigkeiten, wo ich manchmal denke, ich habe Probleme. Da ist nichts dagegen, was sie eigentlich für Probleme haben. Oh ja! Hallö, schön! Hallo! Mensch, siehst du toll aus! Na du! Ich bewundere sie auch, wie sie mit den Leuten umkommt, wie sie dem gegenüber steht. Ja, und wie verarbeitet sie das alles? Weil das ist nicht nur Brote verteilen und dann Schlafsäcke, aber da kommen auch dramatische Lebenssituationen. Das ist ein Engelchen, Engel für die Obdachlosen. Ja, bringt einen zu essen, zu trinken und freut ihn. Ich hatte schon eine Ausstrahlung. Ja. So wieder. So wieder. Habt ihr einen Tee da für mich? Machst du eine? Ja, nimm mal. Alles mit. Viola habe ich kennengelernt am Bahnhof Lichtenberg. Sie präsentiert uns immer neue Outfits. Ja, sicher. Heute ist sie die Braut. Die Dame von Bandur, ne? Ist das nicht so? Viele Leute laufen vorbei und denken sich nicht darüber, was in den Menschen vorgeht. Sie reden manchmal sogar abfällig über die Leute und sehen diese Menschen gar nicht als Menschen. Gerade diesen Leuten muss geholfen werden, bin ich der Meinung. Tschau, Viola. Bis Sonntag.